Hi Leute, willkommen zu einem kleinen Video. Heute macht ihr ein Video über meinen Hund. Der ist brandneu. Ja komm. Rika und heißte. Und ja, da mache ich einfach mal ein kleines Video heute. Und er hat gesagt, ich mache gleich ein Video. Irgendwann so um 6 wird es rauskommen, weil ich gehe dann mit dir raus und mache ein kleines Video da raus. Und ja, schaut es euch auf jeden Fall an. Es wird sich lohnen. Dann seht ihr mal halt den Hund. Wenn ihr Hunde mögt, dann schaut es euch an. Wenn ihr Hunde hasst, dann guckt es euch lieber nicht an. Ein kleiner Tipp. Naja, schaut es euch auf jeden Fall gleich an. Und dann bis gleich.